hallo und willkommen zu diesem let's view über die retro games ausstellung auf der polaris 2023 beim original polaris video habe ich festgestellt dass es einfach zu umfangreich ist diese wunderbare ausstellung dort vernünftig zu zeigen somit habe ich sie in ein eigenes video gepackt was ihr jetzt seht diese ausstellung wurde von dem lieben stefan freunddorfer ich grüße dich an dieser stelle organisiert und ist einfach ja ein echtes schmuckstück für die polaris gewesen und was rede ich jetzt lange um den heißen brei hier ist jetzt eine wunderbare montage dieser großartigen ausstellung so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.